Also, also hast du begrapscht. Nein, halt! Hüfte! Du kennst dich! Jume, warte mal, guck mal, wenn du... Meine Fresse, Alter, ich kann mir jetzt sowieso nur an die Scheiß reiten. Wenn du eine Hose anhast, ne? Gürtel! Nicht mehr als Gürtel, Junge! User left your channel. Ich hab' mich grad angesammelt, Alter, jetzt ist es vorbei. Ah, Jan! Sorry, ich musste nur so lachen, weil ich grad getrunken hab. Jaja, schon okay, Alter. Joa, Seppi, ich fühl mich übrigens alt. Alter, ne dreckige Wichsfresse, du Bastard. Nein, weil das liegt daran, so dass, guck mal, wenn du jemanden hast, ne? Den du irgendwie, keine Ahnung, durch halt feiern oder so kennenlernst oder so. Und dann fragt man, da fragt man das Alter oder so. Und dann denkst du so, scheiße, wer die als erstes so sagt. Wie alt war die denn? Aber dann hab' ich mir vor Augen gefühlt, Junge, ich werd' 20! Wo ist jetzt dein Problem, wenn du dich 20 fühl, wenn du 20 wärst? Wo ist dein Problem? Willst du mir das vorwerfen oder was? Willst du mir sagen, ich bin alt? Hey, willst du mir sagen, ich bin alt oder was? Du siehst jetzt grad mir so, ne Stimmung, ja, wir facken, wir facken, wir facken, wir facken. Ich würde fragen, ob du dich, dass ich alt bin? Nein, aber du müsstest mich einfach nur auswählen lassen. Du müsstest mich einfach nur auswählen lassen. Ja, okay, erzähl. Ich erinnere mich. Ist auch gut. Mitgewieber deinen Tag. Ja, ganz toll. Boah, nicht zu viel Input auf einmal. Ja, kein Problem. Ihr seid heute die Leute, die viel erzählen müssen. Wir haben am Armband verloren heute. Nein, das ist ja scheiße. Aber ein Kuscheltier gefangen. Gefangen oder gefunden? Gefangen, gefangen. Oh. Hast du ne Isha angedreht? Bisschen doof, weil da war ich nicht. Ja, das ist ja. I'm sorry, bruh. Impa la el haza la la oda los cojones. Jan hält jetzt dauerhaft die Fresse? Nein, nein, mach ruhig. Wie? Mach ruhig. Mach ruhig. Mach ruhig. Ich wäre so ausgerastet, hätte der mein Film war zerrissen. Warum? Geld ist Geld. Ja, ja. Ja, ja heißt halt dein Maul. Ja, ja. Ja, ja. Entschuldigung, ich war im falschen Film. Ja, ja. Ich weiß, weil du drauf stehst, wenn ich dich am Arsch leck. Ja, ja. Jetzt, ma boi. Ja, ja. Ja, ja. Habt ihr die Scheibe kaputt gemacht? Nein. Ehrlich nicht? Doch. Okay, so wie war's. Bei mir liegt nur um B. Bisse. Und ich schieß in die Luft. Bang, bang, bang. Ich zieh in den Krieg, aber keiner... ...zieht mit. ... 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 Denn ich bin ein Pulli Jürgen so werden Rhymes geschrieben an der Rapszene Ja, aber nicht das erste Mal Hast du doch gehört? Ich hab jetzt aufs Tod verstopft Junge, ich hab den heftigsten Schiss meines Lebens gemacht Ohne Witz Ich hab noch nie so heftig geschissen Ich hab da reingegriffen Du hast da reingegriffen? Ja Aber es ist eins und eins so passiert Ich seh die Leute, es ist 230 230 Sollen wir nicht vielleicht erst mal schauen, dass wir in die Zone kommen? Ja Warum? Wir haben ja kein Pulli Sie sind ganz schön bad Denn die haben keinen Pulli Und keine Pulli Dem sie auch mein Pulli schreiben können Müssen die nicht auch noch in die Zone tappen? Ja Aber die haben keinen Pulli Und auch keinen Pulli Und auch keinen Pulli Und auch keinen Pulli Wir nehmen sie auch mal Pulli Cooli können kann nicht schlechter werden sehr kommen wir werden gleich von irgendeiner seite weggerottet das war direkt zu denen laufen eigentlich wollte ich jetzt picknick machen hier alle leute einladen mache ich doch gerade auch ich trinke ja 265 so 230 so ich schätze mal aus den häusern 255 diese treffe ich nicht was mit den leuten hinter uns hier unten hinter uns ja die die wir gerade bekämpft haben über links die sind ja über uns ja genau ach das sind die nein ich weiß nicht von wo habe ich geschossen von über uns ich habe gesagt vermutlich ja das habe ich halt noch gesagt vermutlich ist jemand vor uns aus direkt am haus klaus ist auch mich wo denn am haus aus dem haus im haus im haus drin welches fenster ausgenockt draußen zwischen den beiden häusern wir müssen die zone leute wir müssen zu den häusern dann nehme ich meine m4 eines ließ dass er in die Du bist einfach der König. Ich versuche euch Cover zu geben, aber ich kann nichts versprechen. Sebi renn einfach weg danach, lass mich hier, lass mich einfach hier. Also einer habe ich auf jeden Fall down, komplett, aber der war nur nackt. Sebi du bist so ein Tier, was für ein Dauerl. Ja, ja, ja. Hol, 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 Insta. Insta. Erstmal auf sein Instagram Profil. Ich brauche eine neue Weste bitte. Hat der eine Weste? Nein. Ja, ich habe mit der M249 auf den geschossen. Hat der eine Weste? Ja, ja, hat der. Dreier sogar. Kann ich mir ein bisschen 556 annehmen? Ja, nimm das alles, was der hat. Ich habe 400 Schuss, das sollte reichen. Ups, das war echt. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that. 3 Minuten noch, dann ist Internet weg, Bruder. Hinter der Ule. Hier waren Klaus Schüsse. Leider habe ich in meine Richtung geschossen. 300 ist jemand, 300 jemand. An dem kleinen Arschlochhäuschen war jemand. Okay. Schüsse an mich. Von oben. Von... Ja. Ich habe nur einen First Aid Kit. Und das nehme ich jetzt gerade. Ja, da waren noch 5, ne? In dem Haus. Ja, ich war aber voll. Da konnte ich jetzt so schnell was mitnehmen. Leg mich da ran. Ich probiere einfach YOLO. Ich schläge gleich wahrscheinlich raus. Kriegst du den Moment raus, wo du fighten willst. Metro. Wo? Wo? Was für ein Nade da hin, wo der ist. Eins. Vor mir. Drei. 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 Sind beide Nades. Pass auf. Da kommen jetzt ganz viele Nades zu denen. und ist die zone script ich glaube die nehmen das neue snack und kommen hier runter kommt zu mir wir gehen zurück wir gehen dahin wo jannis habe ich noch internet ja wie dann dahin wo ich jetzt gucke da können auch noch leute kommen rechts läuft einer noch ich bin so bad mit der karne das unglaublich links in dem haus links 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 oder ist jemand an den heuballen direkt ich habe keine ein habe ich ausgenaukt am traktor muss sie mit fünf bandagen hoch ist oder ich zumindest guck du links ich guck rechts ok ok der ein links ich könnte ich könnte schließen musste ja ich tue es auch ausgenockt ein da läuft ja warte alter wie kann ich denn so schlecht schießen bitte jetzt kann sein dass wir jetzt links pushen weil jetzt morgens geworfen habe ich weiß dass ich das kann jetzt drei gegner noch zwei leute sind irgendwie links einer war im häuschen und war nicht von mir ich habe keine rechts rechts ich sehe den ich sehe den beide an dem stein ich komme jetzt an den ich geh da hin ich muss da hingehen tsch 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 vor uns an dem stein gleich stück dann noch 14 sekunden müsste zu denen laufen ich spiele so schlecht ich habe ich habe so schlecht geschossen das war unglaublich ich habe so ich bist du ich in